ja hallo hier ist wieder euer micha und ich spiele heute freddy lange hat es ja wieder mal gedauert bis ich mal wieder ein video veröffentlicht habe warum ist denn hier plötzlich alles so hell oder so neblig so Da hinten da ist einer. Da wo auch Ruin ist. Achso, ich habe diesmal die... Hallöchen! Bleibt hier immer noch? Nee, die ist weggegangen. Okay. Oh shit, ich konnte mich nicht mehr rechtzeitig drehen. Gut gemacht. Und trotzdem habe ich dich. So, dann drehen wir uns mal hier hin. Die Rinnacht ist ja schon wieder die. Die will ich nicht. Drehen will ich. Die Rinnacht ist ja schon wieder weggegangen. Und dann die Stücke. Und dann die Stücke. Die Rinnacht ist ja schon wieder weggegangen. Ach so, war das genau. Vergesst doch mal die Taste, die man dabei drücken muss. Dann machen wir noch eine hin. Noch ist kein DIN fertig. Von daher bräuchte ich dafür noch nicht zu sorgen. Und dann machen wir noch eine hin. Wir haben noch nicht dahinten dagegen getreten. Oh, war auch nicht durch. Da ist Freddy wieder zu fett für. Oh, Ruin steht ja noch. Das ist ganz cool, finde. Jetzt schenkt sich das bestimmt wieder an und Ruin ist gleich weg. Hat mal Ferner gefunden. Da ist aber kein Achter hinten. Da kann ich mich aber noch nicht teleportieren. Das ist gut. weg Ah, die ist der Endklapp gelaufen, okay. Oh, die hatten wir noch nicht, glaube ich. Ja gut, der kriegt doch auch noch einen Hitch. Ah, die habe ich gar nicht gesehen. Jetzt machen wir die Palette kaputt. Ich würde meinen Barbie so vollständig haben. Ja, macht kaputt. Sehr gut. Ach, einer ist schon T-Sheet. Können wir hier kriegen. Durch. Die will hier runter. Ja, macht weg. Ah, geht er nicht. Okay. Kann ich die denn nicht hochheben hier? Okay, der erste Trend ist gleich. Da. Oh, da war schnell gelettet. Ich bin weg. Was ist das? Ja, das war wirklich so weit. Das ist klar, ja. Ah, gut, das ist ein Warlex mit zwei Haare. Wer ist denn eigentlich jetzt Disconnected? Jane? Ich weiß zwar nicht warum, aber... Dann müssen die alle in der Nähe hocken. Ah, die Blätter habe ich nicht gesehen. Achso, ich komme da nicht ran. Pech gehabt. Ja, ich schmeiß um. Sehr gut. Ich bin jetzt lang gelaufen. Ach da. Ich schmeiß um. Sehr gut. Oh, ich muss es, Männer. Hier, es ist Fruture. Ich denke jetzt, das ist eine echte. War aber ein Fake, Schätzchen. Wann kann ich die jetzt nicht schlagen? Ja, Jane, was war das denn? Hast du einen Strike? Ja, Spaß. Sehr gut. Ich krieg die nicht ran. Ach doch. Wo ist die Olli jetzt hinterher? Da! Oh, Schätzchen. Ja, geschafft sie leider. Wo ist die jetzt hingerannt? Wo sind denn die Ausgänge? Da und da, okay. Da ist er doch. Ich hab's doch gerade gesehen. Da. Sehr schön. Freddy hat wieder geregelt. Hier noch eine hin. Oh, das war's denn schön. Oh, das war's denn schön. Oh, das war's. Hm, fast eine perfekte Runde. 124.300 ist doch völlig in Ordnung. Ach ja, durch die Partylöpfschlange, die die Anne geopfert hatte. War da eigentlich ne ganz nette Runde. Was ich jetzt bei jetzt nicht war. Eine, die sieht. Ich weiß auch leider gar nicht wer das war. Aber ich glaub ein Typ war nicht dabei. Das war's. Lauf zumindest. Nee, da waren doch nur Frauen. Ja, der Rang 20er. Das war's Rang 20er und zwei 13er. Widerstandsfähigkeit, Hoffnung und Wildpferde. Muss wohl gerade erst angefangen haben. Und die hatte nur Selbstversorge. Aber komm, die hatten alle jetzt über 10.000. Mit der Partylöpfschlange, sag ich mal, ist das völlig okay. 14.000 und 17.000. Besser gemeinsam. Sprintboost, Selbstversorge. Sprintboost, Selbstversorge. Ja, das ist schon in Ordnung. Ja, dann würde ich mal sagen, das war wieder mal Freddy. Und ich hoffe mal, dass euch das Video gefallen hat. Gib mir einen Daumen nach oben. In den Kommentaren würde ich mich natürlich aufrollen. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Micha, MrBaskmanH.de. Und Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.